wie gemein schon konnte eben wieder so ein maschinenquatsch das könnte sein also von der kante aus springen voll gespannt hier so den ersten drüber springen den zweiten unter durch fast das war gut das war richtig gut wir verfolgen uns dafür mindestens da kommt da und das aus wie gekonnt wieso war ich auf einmal vor dir weil ich kurz gebremst das hat vorhin so schön geklappt ja das klappt aber nicht mehr wie gemein okay muss man doch gucken was man tut so habe ich geguckt komme ich durch dass die kleinen hinten du hast die kürzeren beine du bist halt dick lang ja ja aber ich habe jetzt schon wieder muffen gehabt jetzt hat er mich erwischt ich war zu früh oder sowas oder wir waren zu weit auseinander das kann es natürlich auswählen das sah aber gut aus wenn das geklappt hätte waren wir schön nah beieinander näher ging nicht näher ging nicht ich hätte es geschafft jetzt bin ich mal hinten das hast du davon genau auf die glatte gehört es ist lustig manchmal ganz einfach durch rennen das nächste mal muss das sein really aber jo ne ne fast was machst du auf meinem kopf rumstehen jetzt kommen wir nicht mal mehr am ersten vorbei hier ne so jetzt sehr schön jetzt muss das nur noch da hinten auch noch klappen wie du überholst mich warum bin ich da gestorben ich weiß es nicht mit den zweiten unter durch hat eigentlich super geklappt ja nur dass ich dann doch noch eine spitze abgekriegt habe oder so ja wieso kannst du mich überholen und ich dich nicht weil ich mega awesome bin das ist das sind die cheater skills ja 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 ne oh wow 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 die kleinen Mistviecher erledigen diese großen die scheinen dich zu mögen auf mich auch guck na guck mal einer guck Bälle sind Freunde nichts zum platt machen gedacht interessant warum ist der hier weil er voll toll ist guck dir das an der hatte bei ihr das weiße berührt und schon Bälle sind Freunde wirklich ne ja also die gehen halt dahin wo wir sind und so na haha ich habe ihn im sprung gekriegt das ist super gemacht ja ne oh ähm der ist aber fett warte mal lass mich mal rüber springen ne nach rechts ne lock mal die kleinen da irgendwie lass mich immer nach rechts das ist ein portal dann kommst du aber nicht da hoch ah da kommen aber kleine so äh ruhig mal alle herkommen Bälle sind Freunde kein Futter ja gut das ist schlecht wenn ich sie töte aber musst du ja nur ein paar da hochkriegen mach 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 ja komm komm bewegt dich beweg deinen Arsch ja ah bein da machen sie auch nur so quietschige Geräusche halleluja ach da ist wieder so ne Fledermaus eine ach so da waren wieder mhm wieder Bälle das ist ein ganz neuer Aspekt mit den Bällen jetzt ja ja da kann man das Spiel noch irgendwie 300.000 Stunden in die Länge ziehen Out mhm aber naja ne der Ball hat nicht gereicht machst du da ich versuche hier noch mehr Bälle hier rüber zu ziehen die kommen die Ecke nicht hoch glaube ich vielleicht wenn die sich gegenseitig oder du musst hier hinkommen und hier warten Schwung geben nein glaube ich nicht ne ne aber hier ist ja einer der müsste doch reichen oder auch nicht wen von uns hat er denn zweifelsfall immer der der näher zu ihm dran ist ha ouch mhm jetzt nicht mehr ne Ball tu deine Arbeit aber wenn da jetzt eh keine Glitzerdinger mehr drin sind dann se la vie sind gar keine mehr drin ich hab gehofft wäre nicht überall kaputt gegangen ne zwei hatte ich schon meine ich da unten sind Augen seh ich nicht ach da toll jetzt siehst du sie ja jetzt will ich sie gar nicht sehen ähm 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 ne ähm das sind viele ihr Name ist Legion ähm also Jump of an Action warum springt man da nicht ach falsche Taste alter warum drücke ich auf B statt auf A ich weiß nicht weil du es kannst mhm jetzt auf verdammt den drauf und ich hasse solchen Zeitdruck der da so drauf wird mhm vor allem weil wir uns ja gegenseitig so ein bisschen verwirren sag ich mal nein nein ne überhaupt nicht immerhin weiß ich immer welche Farbe ich bin und dann werde ich ja noch weggedrückt ja genau das ist das Problem wir stören uns da gegenseitig nicht nur das ist so gedanklich sondern auch wirklich psychisch äh physisch physisch und psychisch genau und auf sonstige Art und Weise ich habe gerade versucht auf die drauf zu kommen das wäre eigentlich auch eine Maßnahme ja dann warte mal von hier aus haben wir ja noch keinen Zeitdruck den Zeitdruck haben wir ja erst ab den Partikelschmodder den hier das eine Schild hier macht na ab hier ach das Schild ist da ja siehst du guck den nächsten Partikelschmodder passieren dass da die Deppen runterfallen und alles töten und ich bin zu blöd dafür dieses über Kopf denken das ist echt jetzt es wird wieder hell es kommt Musik ich habe was getötet schon wieder nicht töten denn es sind Freunde kein Futter die Musik ist weg das ist jetzt gut das frage ich mich auch gerade hoch? ich bin in ein Loch gefallen Ende jaja ich habe es überlebt dafür ist das Loch könnte ich wetten wik 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 gepennt das habe ich gemerkt so ja dann sollten wir andersrum woran bist du gestorben ich habe den noch an so einem pfittlchen erwischt ach so jetzt bin ich genau drauf nee ja alter muss man viel früher springen muss ich feststellen das meinte ich damit okay zu früh auch nicht ist das so vorm ende weißt du ja das war mal komplett auf die stadtmusikanten da kommt man nicht drauf das war zu früh warum spring ich denn in die richtung idiot weil du es kannst genau dann hat man da direkt schon ein bisschen in die andere richtung springen muss ich glaube ja das war ja mal absolute scheiße ich tanze noch ein bisschen ja genau lassen wir uns einfach mal überrollen das war auch wieder nicht so wirklich ich gehe schon mal ein ich gehe schon mal ein